Der nächste Part lief gut. Jo. Dann schauen wir uns mal um. Wir sollen zum Schmied, wir sollen zum... Weiß ich nicht, Skill-Lehrer oder so. Mal schauen, was das hier so alles ist. Und natürlich zum Seelenklempner. Zum Seelenklempner. Jo. Schauen wir uns die mal an. Die hübsche Dame. Shikimi. Ja, schauen wir mal. Okay. Hier können wir unser, ähm, Mitama, unseren... Geist... Äh, upgraden. Ähnlich wie hier bei Shaman King. Also unser Geist. So. Ja. Na, mehr brauchen wir nicht wissen. Ah, okay. Können wir unseren Geist reinstecken? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Leech. Ah, jetzt haben wir ja hier unsere... So, so haben... Recovery, Might, Carnage, Leech. Okay. Dann hätten wir das erstmal erledigt. Dann hätten wir das mal... ...in unserer Waffe drin. Hier ist dieser Fuchs... ...er Geist... ...aus dem Intro. Dann hätten wir da den Schmied. Und... Hier geht's nach draußen. Ups. Das ist unsere Hütte. Okay, okay, okay. Muss man also nix drücken, wenn man in die Hütte reingeht. Einfach nur die Tür berühren. Leisezahlen sind, äh... ...aushaltbar sind. Okay. So, create weapon. Create weapon, create... Ja, 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 okay. Wir können hier... Das haben wir schon alles. Da ist ein Pfeil überall. Und das sind neuerer. Red Eye, Red Clay, Deformed Bone. Und den ganzen Sachen haben wir noch nix. Das hier wär halt das Nächstinteressante. Für uns. Handschuhe sehen alle nicht so geil aus. Cool, ey. Also hier können wir schon mal ne gute Auswahl an... ...waffen sehen. Dafür brauchen wir Zeugs. Okay. Das Zeug hier haben wir ja alles. Das Zeug hier haben wir ja alles. Also, ja. Wir müssen das hochleveln. Und dann können wir es upgraden. Das Zeug hier haben wir ja alles. Guard Helm. Witch and Crawl. Büscious Mud. Moment. Ja, sieht cool aus auf jeden Fall. Ja. Ja, das sieht doch schon... Oh, yeah. Das will ich auf jeden Fall haben. Die Veteranen sind schon mal ganz geil. Naja. Aber bis wir dahin angekommen sind, dauert es wohl noch ein Weilchen. So. Noch irgendjemand hier. Dann sehe ich aus wie der da. Aber fehlt hier nicht noch jemand? Äh, nö. Kein Rufzeichen. Nix. Dann gehen wir hier... ...in die Mission. Ähm. Äh, ja, nehmen wir einfach die Nix-Missionen an. Achso, wir müssen noch... ...nochmal... ...in die Library. Wo liegt sie denn? In front of this building. In front of this building. Hier ist das. Einfach nur irgendein Dude. Das ist das. Pull under construction. Okay, das ist einfach nur... ...ne schwarze Brett. Was ist das? Okay, das können wir hier langsam so freischalten, denke ich mal. Aber... ...da rechts ist doch noch ein Gebäude. Was passiert denn, wenn ich hier links gehe? Ach, da bin ich bei meinem Haus. Oh, okay. Da ist auch ein Rufzeichen gewesen. rein da. Ja. Das sind also die Spiele. Ja. Das sind also die Spiele. und... ...selekt... Aha, okay. Hier können wir... ...na... ...scheiß drauf erstmal. Äh, was ist das? Okay, das ist... Okay, also irgendwie... ...irgendwie weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Ich lese es mir nochmal durch. Zumal sehr sehr. Okay, sie sagt mir doch wohin. Ich habe Kimo und Tartara. At the front of this building. Wo ist denn hier? Ach da, hi. Wow. Das war... ...duh, du warst eine neue Person, aber... Ich bin Shusui. Ich bin ein Forschiker. Ich bin ein Forschiker. Ich bin ein Forschiker. Wenn ich etwas nicht weiß, was ich nicht weiß, dann bitte Sie bitte. Ja, ja, vor acht Jahren sind alle Dämonen... Blablabla. Ja. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ja. Och, nö. Muss ich pennen gehen. Beziehungsweise speichern. Okay. Ja, die Zeiten sind sogar voll gut. Finde ich. Finde ich sehr angenehm. Okay. 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 Okay, also wir sind der einzige Rekrut, der hier zur Unterstützung geschickt wurde, weil sie alles in ihrer Base brauchen und selbst wenn das bedeutet, dass dieses Dorf ausgelöscht wird. Aber ich werde dieses Dorf natürlich beschützen. Ich könnte etwas special bekommen. Okay. 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 Langsam haben wir aber auch den Papierkram durch und fangen das Chapter 1 an anscheinend. So, Next Morning. Hallo, Guys! ich möchte kämpfen weil wir haben den part schon ein bisschen länger angefangen und nichts gemacht nichts nichts ja wir haben gut geschlafen ja wir sind überrannt wäckling und so die dämonen ja wir sind an der grenze kam ja okay so was ist das okay dann beten wir mal ok wir haben leichten attack boost finde ich gut dann können wir direkt auf slay mission gehen endlich endlich ähm imps ab geht's also ich hoffe es packt mich so lange dass ich ordentlich zeit reinstecke ich habe das streamt schon von gesehen hot shot spielt das hat das eine weile und dann jetzt wird der grad dragon's dogma eigentlich spielt er die spiele die ich eigentlich ganz geil finde ok ok looten looten oh looten looten aber es ist oft erstmal nur dieses eine gebiet offen kann nicht weit ok was bringt mir das mit mit gespielt wie lange hält sowas das ist noch einer ich freue mich wie lange das hält dieser attack boost das wird heute neben mir es ist so krass auf der bei der nächste da Also das Gebiet scheint offen zu sein, weil es blau ist Sonst ist ja hier alles clear, ja Also wir sollen 10 Stück davon umlegen von den Feuer-Dudes Ach, so schnell geht das schon Finde ich gut, dass die jetzt schon so schnell Ich merke schon einen Das hat zu länger gedauert So, was macht das hier, das will ich erstmal wissen Da ist zwar einer noch zum Looten, aber ich will wissen, was diese Dinger hier eigentlich machen Hätte ich vielleicht lesen sollen, das stand da bestimmt irgendwo Nimm ich's doch mal mit Nein So, ob das der letzte ist Ja 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 Den krieg ich nicht mehr tot. Aber dann hätten wir schon mal einen etwas ruhigeren Start jetzt hinbekommen. Äh. Ja. Kann ich den jetzt upgraden? Nehmen wir alles mit. Ich hoffe mal, das Inventarmanagement ist nicht allzu fummelig. Aber selbst wenn nicht. Muss man sich halt ein bisschen hineinarbeiten. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt auf die nächste Mission. Ich möchte jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren. Das hauen wir alles noch in diesen Bad rein. Yo. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Beten wir. So, das ist meine Mission. Grumble. Grumbles. Mir bleibt ein paar Grumbles. killen was auch immer so diese kleinen imps die sind ja kann man so wegnaschen auch eine kombo nur dass dieses diese mit hama dieser geist hier resettet sich dann auch da sieht man ja auch die stacks rechts auf der rechten seite und okay die drei stück von diesem es gibt drei stück von Hey! Aha! Okay, dann hat mir hier den Nix. So, ich will diesen Mal einnehmen. Ich nehme hier... Stuff. Also hier scheint es erstmal Sackgaste zu sein. Hier auch. Hier ist er auch zu. Also müssen wir zurück. Und da liegt noch was. Da liegt noch was. Das können wir hier nicht... Erstmal nicht liegen lassen. Wir sind schon Kopf verärzt. So. Die sind gerespawned. Und du bist mein Zähn. Das geht doch gar nicht. So, drei Stück muss man davon erledigen. Das ist jetzt nicht... Die große Kunst. So, dann... Äh... Ja, den können wir doch nehmen. So. Haben wir ein bisschen Snakeskin und so. Dann können wir auch schon den Part... beenden. Ja, cool. Cool, 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 cool. Äh, das... Ja, okay. Ja, dann... Haben wir ja schon mal ein bisschen was zusammengesammelt. Haben die drei Quests... ...gemacht, die uns zur Verfügung standen. Und jetzt... ...kriegen wir wahrscheinlich eine neue... ...ne neue Reihe an Quests. Aber ich schaue mich nochmal eben schnell im Dorf um. Obwohl, äh... ...wir machen das im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.